Und jetzt, schau in die Kamera, lächeln und halten. Halten, 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 halten. Sehr gut. Mein Name ist Max Berger und ich bin Stock-Regisseur. Stock-Videos sind Archivaufnahmen, die immer wieder verwendet werden können. Für Werbung oder für Nachrichten. Deshalb ist es wichtig, dass sie eine universelle Aussagekraft haben. Freut euch im Hintergrund? Ja. Aber du bist nicht dabei? Genau. Immer geradeaus gucken, du bist seriös. Das ist deine Firma, das ist dein Tag. Dein Team im Hintergrund, das feiert. Aber du, du guckst immer weiter geradeaus, weiter geradeaus. Immer schön seriös gucken, sehr gut. Als ich mit der Stock-Regie angefangen habe, bin ich viel gereist. Meine Reihen Paar am Strand bei Sonnenuntergang. Und Triumph auf Bergspitze sind damals entstanden. Stock-Regie ist auch anstrengend. Achterbahnfahrten zum Beispiel. Da wird mir in der Regel schlecht. Genau wie beim Childspinner. Dieser Einstellung, in der man ein Kind im Kreis schleudert. Okay, ihr redet ganz lässig. Mehr Arme. Immer die Arme bewegen. Das ist wichtig. So. Und jetzt kommt eine heiße Frau vorbei. Die ist sexy. Die ist richtig sexy. Genau. Nochmal Kaffee trinken. Und weiterreden. Weiterreden. Und Arme nicht vergessen. Arme nicht vergessen. Genau. Stock-Regie ist in meinen Augen nicht weniger Kunst als Regie von Spielfilmen. Ich sehe da eine Nähe zu den allerersten Filmen der Gebrüder Le Mier, die ja auch oft nur aus einer Einstellung bestanden. Für mich sind Stock-Videos jeweils wie kleine Kunstwerke, die in einer einzigen Einstellung eine ganze Geschichte erzählen. Untertitelung des ZDF für funk, 2017